Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ich möchte euch heute meinen neuen Sponsor Vollgasriegel vorstellen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn da gibt es für euch einen Rabattcode, mit dem ihr bei eurer Bestellung auf jeden Fall was spart. Aber bevor es jetzt losgeht, gibt es auf jeden Fall mal ein paar fette Shots für euch und ich würde sagen, let's go! Jo Leute, ich hoffe euch haben die Shots gefallen und ich konnte euch von dem coolen Design von den Vollgasriegeln ein bisschen überzeugen. Ich finde, die sehen nämlich richtig Hammer aus und jetzt wird es Zeit für uns mal zu besprechen, warum die Teile euch bei eurer Sportart so richtig Power geben. Vollgasriegel sind bio, vegan, glutenfrei und natürlich gesüßt. Das heißt, sie sind nicht nur für euch gesund, sondern auch für die Umwelt. Was außerdem bei den Vollgasriegeln richtig cool ist, dass sie natürliches Koffein enthalten, denn durch ihr enthaltenes Gurana und Matcha geben sie euch richtig Power. Wo auch immer ihr Power benötigt, ob bei eurer Sportart, beim Radfahren, bei mir zum Beispiel, auf der Autobahn, wenn ihr nachts lange fahren müsst und einfach wieder einen Energieschub braucht. Oder ihr seid Frühstücksmuffel und benutzt den Vollgasriegel einfach als Frühstück, um richtig gut in den Tag starten zu können. Jetzt wird es Zeit zu klären, was denn die Basis von den Vollgasriegeln ist. Und das sind einmal komplexe Kohlenhydrate aus Datteln und Cranberries, gesunde Fette aus Walnüssen, Cashews und Mandeln, pflanzliche Proteine aus Kakao und Nüssen, Ballaststoffe aus Sonnenblumenkernen, Leinsamen und Aramat und Antioxidantien, die deine Gehirnzellen schützen. Das heißt im Umkehrschluss, egal wann euer Akku leer ist, der Vollgasriegel gibt euch immer wieder vollen Schub nach vorne und ihr könnt perfekt durchstarten. Ja Leute, was wir jetzt noch nicht geklärt haben, ist was für Sorten es denn überhaupt gibt. Und da gibt es einmal Sauerkirsch, Kakao und Blaubeere. Und Blaubeere ist da dabei auch mein Favorite. Ja, ein richtig cooles Feature ist auch, dass der Vollgasriegel in eurer Tasche nicht schmilzt, der bleibt nämlich genauso wie er ist. Ich hatte immer das Problem, dass die Riegel mir in der Tasche schmelzen und das passiert euch beim Vollgasriegel auf keinen Fall. Ja Leute, probiert das Ganze auf jeden Fall mal aus. Mit meinem Rabattcode JONAS15 spart ihr nochmal 15% auf eure gesamte Bestellung im Online-Shop. Den Link da dafür packe ich euch in die Videobeschreibung, genauso wie auch den Rabattcode. Ich habe euch hier auch alles schon mal eingeblendet. Ja, für mich wird es auf jeden Fall auch Zeit mal wieder zu bestellen, denn die Packung hier ist schon halb leer. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich konnte euch von den Riegeln überzeugen. Für mich gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal einen Riegel und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao! ! Riegel! Riegel!